Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu der Jubiläums-Folge, 50. Episode vom Unsafe Release, euch im Schweizer F1-Podcast, mit euch noch Hosts, dem Kassel und dem Schubes. Ja, wir reden heute über die zwei vergangenen Grand Prix, einerseits einmal Mexiko und auch Brasilien. Brasilien, da müssen wir uns nicht gross darüber reden, hier im Intro, was für ein krasser Grand Prix ist das heute gewesen. Wir reden sehr, sehr ausführlich über das und über Mexiko, da schneiden wir auch noch ein paar Sachen an, die passiert sind, unter anderem natürlich auch der Vorfall zwischen Max Verstappen und Lando Norris. Wir wünschen euch wie immer viel Spass und eine gute Unterhaltung. Gut, wir legen los mit der heutigen Episode vom Unsafe Release und wir starten natürlich wie immer chronologisch und gehen zuerst in Mexiko Grand Prix hinein. Bevor wir zu diesem, ja, können wir fast so sagen, legendären Brasilien Grand Prix kommen, Mexiko ist eigentlich nach dem Grand Prix wirklich ein spannender Grand Prix gewesen. Also, wenn ihr wisst, was ich meine, nächstes hat eben Brasilien gekommen, jetzt, also im Nachhinein ist es doch nicht mehr so spannend gewesen, aber gleich, es gibt auch ein paar Punkte, wo wir müssen anschauen, beziehungsweise wir tun sicher mal darüber reden. und wir beginnen gerade mit dem Lokal Matador an, mit dem Sergio Perez. Der hat nämlich wieder mal einiges mehr alles andere als gut performt an dem Grand Prix und ich glaube, gerade nach dem Grand Prix oder nach dem Wochenende hat er halt einfach einiges mehr bewiesen, dass, ja, einfach nicht mehr die Formel 1 hinein gehört und dass halt eben auch wirklich seine treuesten Perez-Fans müssen mal realisieren, dass der Typ wirklich, ja, rausgehört. Tut mir leid, Gabu, tut mir leid, aber es ist ja so. Come on, du kannst mir jetzt nicht etwas anderes vorgaukeln. Also, da ist jetzt wirklich genug Heut unten bei dem, also, weißt du, wie ich meine? Wie wolltest du, du bist Perez-Fan, wie wolltest du seine Leistung noch gut reden können oder schön reden? Weißt du, wie ich meine? Kannst du nicht mehr? Schau jetzt. Ah, jetzt fahrt es ab. Ja, nein, 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 nein. Gut reden, du kannst nicht gut reden, was momentan noch passieren ist und wie er performt. Und, ja. Also, seit zwei Jahren? Eineinhalb. Zwei Jahre. Anfangs-Genein. Anfangs-Genein ist es sehr stark. Es hat Monaco 23 angefangen und das ist fast schon Anfangsjahr noch. Ja, du musst es nicht übertreiben. Es ist gleich, es ist etwa eineinhalb Jahre. Eineinhalb Racing-Jahr. Nein, schau, es ist, schlussendlich, was läuft, das kannst du nicht verteidigen. Kannst du aber in meinen Augen gleich nicht rausholen, dass er nicht mehr Formel 1 gehört. Mo, save. Nein. Save, 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 save. Dann gibt es noch ganz viele andere, die vorher aus der Formel 1 sind. Also, dann schreibt mir, jetzt gerade am Anfang, schreibt gerne, es geht ja aus Spotify und neu ist halt der Podcast auf YouTube, alles. Schreibt gerne in die Kommentare rein oder unten. Bei Spotify kann man ja das Feedback geben zum Podcast. Schreibt gerne in die Trainier. Glaubt ihr, hat der Perez weiterhin noch einen Sitz in der Formel 1 verdient oder gehört er schon lange raus? Also, meine Meinung ist klar, er gehört raus, definitiv. Schreibt es gerne rein. Es nimmt mich wundern, was die Leute meinen. Also, meinst du dann, nach eineinhalb Jahren schlecht performen, dass ein Fahrer automatisch nicht mehr in der Formel 1 hat dürfen fahren? Ja. Wieso ist denn der Magnus noch dabei? Ja, schau mal, wie der Magnus fährt, in den letzten paar Wochen. Jetzt wird er besser eben. Er hat aber auch ein, zwei Jahre Reise gefahren. Ja, aber es ist Hass und nicht Red Bull. Weisst du, das ist auch noch ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ja. Aber schlussendlich, ich bin sowieso mittlerweile felsenfest davon überzeugt, dass Perez einfach mit dem Auto nicht umgeht. Punkt. Und wenn du ihn wieder würdest, in ein anderes Auto stecken, würde es besser werden. In any case, hat er aber so oder so schon gesagt, dass Red Bull sein letztes Stint wird sein. Er wird nachher nicht mehr fahren. Und es würde mich auch null erstaunen, wenn er nächstens nicht mehr bei Red Bull fährt. Und ich finde, ja, was wolltest du dagegen sagen? Wieso solltest du einen Perez in diesem Auto innehaben, der einfach null performt und du hast die Chance, ihn zu Noten zu halten, ihn zu lassen, ihn nicht zu tun. Vielleicht einen Landon Norris bei Red Bull abwerben oder vielleicht sogar einen Piastri. Who knows? Wie es weiterläuft mit der Rivalry. Also, ja. Du kannst es einfach nicht mehr verantworten, dass Perez bei Red Bull fährt. Ich finde aber nicht, dass er wegen dem nicht mehr verdient hätte in der Formel 1. Ich glaube, wenn er zu einem Backmarker-Team würde gehen, würde er dort immer noch gut performen. Bin ich fast überzeugt. Ja, da gehen unsere Meinungen voneinander. Ja, das spüre ich. Es ist einfach krass, was er für einen Downfall hat. Ich will es vielleicht auch irgendwie nicht wahrhaben, aber die Performance, die er an den Tag geläht hat, kurz bevor er zu Red Bull gekommen ist und die ersten 1-2 Jahre bei Red Bull sind wirklich auch gut gewesen. Und muss ich echt sagen, ich finde es erstaunlich, wie einer innerhalb von so wenigen Jahren eigentlich von einem Top-Top-Fahrer zu dem wird, wo er jetzt ist. Hast du zu einem Masse-Pin-Wert, ja, so finde ich, er schliesst. Ja, es ist näher zu. Ja. Er hat mir sicher noch die meisten Damage, nehme ich an. Ja, nein, ich glaube, das ist schon immer noch jetzt der Elben, weil Elben hat vor... Ja, nein, Perez hat zwar höher gehabt. Also, der letzte Stand, was ich noch weiss, war der Umgang, aber Elben hat ja jetzt natürlich auch rechte Karre nochmal geschlissen in Brasilien und alles. Darum, ich glaube, der Elben ist mittlerweile vorbeizogen. Aber, nein, es ist halt... Ja, Perez ist... Boah, ach du Heilige. Okay, Perez ist auf 3,6 Millionen, Albon ist auf 2,3 Millionen. Ja, aber ist das jetzt schon nach dem Brasilien-Grand Prix? Ich glaube es nicht, weil... Das ist... Ah, stimmt, das ist August. Okay, sorry. Es gibt, glaube ich, noch keine Aktuellen, aber Perez war schon der Erste, das weiss ich. Aber, ja, nein, ich finde halt einfach, dass er hat einfach gar nicht mehr reingekriegt. Ob er jetzt auch irgendwie ein grosser Wert wäre für ein Backmarker-Team, keine Ahnung. Ich glaube es nicht. Ich glaube es halt einfach auch, dass er, wie auch zum Beispiel der Daniel, einfach Mühe hat mit der neuen Fahrzeuggeneration, also beziehungsweise mit dem neuen Chassis halt, wo es 2022 kam. Der Daniel hat ja auch Probleme gehabt. Ich meine, klar, da bei McLaren, jetzt sind sie ja mit dem alten Chassis gefahren, hat er ja auch ein bisschen den Struggle gehabt. Aber er ist besser gefahren, als nachher, wo es 2022er Chassis kam. Weil da ist ja richtig dann bergab gegangen mit ihm. Und, ja, ich glaube es ist einfach halt so die, ein bisschen die eingefleischten Fahrer, wo vielleicht das Talent nicht so enorm rum ist, wie jetzt, sagen wir mal bei Alonso oder so. Weil Alonso kann ja mit dieser Generation gut umgehen. Ich meine, er hat es mit 23 Beweisen gehabt. Und Perez und eben auch Ricciardo, das sind halt vielleicht einfach so Fälle, wo halt einfach mit das neue Chassis halt einfach gar nicht leiden oder die mit den Autos nicht klarkommen, weil sie halt einfach anders sind zum Fahren. Und darum Performance hat scheisse und müssen halt dann nachher raus. Aber ich finde halt einfach, für das, wie Red Bull in den letzten Jahren mit den Fahrern umgegangen ist oder wie sie umgegangen sind mit den Fahrern, finde ich es halt einfach ein bisschen komisch oder finde es halt einfach ein bisschen scheisse von Red Bull auch, dass sie dann halt einfach, ja, den Perez so lange gehalten, weisst du, und nicht irgendwie nach Alternativen rumschauen. Ich meine, sie hatte diese Alternativen, klar, Pierre Gasti haben sie nicht mehr wollen, das ist mir schon klar gewesen, als er noch bei Alphatauri war, aber ich meine, da hatten sie eben einen Juki und einen jungen Juki, einer, der so aggressiv war noch und so ein bisschen unbändiger, sage ich jetzt mal, der hat ja das gemacht, was er auch wollte und so. Ich glaube, das ist ja gerade so ein bisschen das auch gewesen, was Max früher ausgemacht hat und ich meine, Red Bull will ja fahren, wo frech, aggressiv sind und einfach so, I don't give a damn, weisst du, so in dem Stil fahren und ich meine, jetzt haben sie ja zwei, oder ich meine, so gut, der Juki ist jetzt vielleicht ein bisschen genervt worden, sage ich jetzt mal, aber, aber zum Beispiel der Lawson, oder, ist natürlich nochmal so ein Kandidat, wo gerade auch am Mexiko Grand Prix gegen den Perez einfach gefahren ist, so alle so Kollegen, es ist mir so etwas von, egal, dass ich im B-Team bin, du kommst an mir jetzt einfach halt nichts für viel und auch wenn es Teile kostet, weisst du, und das finde ich halt einfach geil und der Perez hat sich überst aufgeregt am Funk, wegen dem Lawson, hat ihn zweimal als Idiot oder Dummkopf verschimpft und alles und, ja, aber das braucht es, das braucht es, er hat ja nachher auch mit ihm noch geredet, oder im Interview hat er ja gesagt, also, ja, dass das eigentlich nicht so ein Fahrstil oder Mentalität ist, wo Juki es sollte haben, er findet das schlecht, die sollten sich irgendwie, wie er reingestochen ist bei ihm, was hat er für eine Reaktion erwartet vom Lawson, also, ja, eben, also, es ist halt einfach ein kleines Mimimimi auf sehr, sehr höhem Niveau und darum, ich finde eben, der Perez, es ist halt einfach so ein kleines Versuchen, ja, nicht schön zu reden, aber halt irgendwie, wie soll ich das sagen, einfach so ein bisschen Sachen finden, von wegen so, ja, wegen dem und dem ist es nicht gut gegangen, weisst du, einfach so das klassische Ausreden, es ist nie er, es ist wirklich, sei es am Radio oder in den Interviews, ja, statt einfach sagen, so, hey, schaut, das ist jetzt einfach mein Bock, ist es mein Fehler, ihr habt jetzt alleine teifen oder ihr habt jetzt anders fahren, er sucht den Fehler immer bei den anderen, nie bei sich, klar, im Ending, in Brasilien, im Qualifying, der kann er nichts dafür, das ist einfach auch, da hat der Red Bull verpackt, aber, gleich, es gibt so viele Fälle, wo es einmal, zweimal im Jahr passiert ist, ist es ja okay und dann ist nicht im Fahren sein Fehler, aber wenn es alle anderen Zeiten, wo er, wo das Team nicht verantwortlich ist für so Scheiss, er den Fehler macht, ja, dann ist es anders, oder? Ja. Das darf nicht passieren. Ja, es ist halt einfach eben so, es gibt halt immer so ein bisschen im Faden Beigeschmach dann immer, wenn du so Zeug hörst und alles. Schau, ich denke, Red Bull ist einfach, die sind, ich denke, es gibt so grundsätzlich zwei Punkte, wieso, dass sie immer noch mit dem Perez fahren, und das sind relativ simple Sachen. Es ist einerseits, ist es vielleicht ein bisschen ein Strategiewechsel, oder? Man tut sagen, okay, wir haben jetzt so oft den Fahrer gewachsen, das hat nicht funktioniert, wir paulern jetzt mal einen, schauen, ob es denen besser geht. Speziell jetzt eben an dieser Situation ist, es hat zuerst funktioniert und jetzt nicht mehr, oder? Hangen sie jetzt einfach zu fest dran, weil sie gesehen hat, es hätte am Anfang funktioniert und das könnte ja wieder, oder ist es einfach, ja, wirklich ein Strategiewechsel? Und das Zweite ist wahrscheinlich eben schon auch ein bisschen, dass sie wie nicht eine klare Entscheidung können treffen, oder? Also wenn du ein Gasschen gehabt hast, der bei Toro Rosso respektive Alpha Tauri so gut performt hat, ist es ein klarer Entscheid gewesen, dass du ihn urnimmst. Und Alex Albon dasselbe, das ist so ein klarer Entscheid gewesen, dass du ihn urnimmst, weil ja, ein Albon hat mit so wenig Erfahrung so gut performt bei Toro Rosso und auch bei Alpha Tauri, aber es ist wie klar gewesen. Und danach hast du noch einen Yugi Tsunoda, wo zwar gut ist, schnell ist, aber sehr oft so bei stressigen Situationen, oder wenn er ein bisschen unter Druck und Fehler macht. Wir haben es immer wieder gesehen, wir haben es, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sogar in Mexiko wieder gesehen, oder eines, wir erinnern vorher. Es ist einfach immer wieder, dass der Tsunoda etwas zu viel will, vom Auto etwas zu viel will und dann hat er sich spinnt oder gecrasht oder irgendetwas. Und das gibt halt so ein bisschen auch gegenüber ihm ein schlechtes Gefühl, so will er ihn wirklich rübernehmen ins grosse Team. Ja, also in Osten... In Mexiko hat er im Qualifying Dachar schon gecrasht gehabt. Ja, genau. Und ich habe gemeint, in Osten hat er sich gespinnt während dem Rennen, wenn es mich nicht täuscht. Ja, 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 ja. Ich bin mir zu sehen, ich weiss es nicht mehr. Ist aber auch schon ein bisschen länger her. Und das Ding ist, du hast nachher nur noch einen Lawson, der zwar saustark performt hat, aber der hat einfach so wenig Rennen. Und einer noch so wenig Rennen in ein Top-Team, ohnehin finde ich schwierig. Ich verstehe zum Beispiel bis jetzt auch nicht, wieso Mercedes-Direktor Antonelli nimmt. Der wird sicher gut performen, aber... Ja, wenn? Das weiss ich auch nicht. Aber Antonelli hat es einfach genommen, weil... Es ist halt der Kimi Antonelli. Ich meine, schau dir seine Junior-Karriere an, der muss ein neuer Max Verstappen-Dues-Semmel-Oscar Piastri werden. Also das ist unglaublich, wie der gefahren ist. Ja, aber der wird bei Mercedes, der wird Kleinholz machen aus dem Auto ein paar Mal, ich sage das. Ja, hundert Prozent. Hundert Prozent. Und es wird wahrscheinlich zwei, drei Jahre gehen, bis er Kleinholz aus dem Russell macht. Und das ist so ein bisschen... Strategisch finde ich das sehr entspannend, die Entscheide. Vor allem, wenn du dir jetzt mal vor, Mercedes ist nächstes Jahr wieder voll dabei und im Title-Fight mit drin. Und das ist ein Antonelli, der dir die ganze Zeit das Auto zum Ransen fährt. Also, ja, kritisch. So oder so, zurück zum Ziel von Red Bull. Ich verstehe, dass es schwierig ist, zu entscheiden, aber ganz ehrlich, so schlecht wie der Perez performt, hättest du jetzt einfach mal gemütlich können sagen, gut, zu Noda, komm mal ein halbes Jahr ruhen, Losten, komm mal ein halbes Jahr ruhen und jetzt entscheiden wir für nächstes Jahr. Also, du hast das ganze Jahr Zeit gehabt. Da hast du eigentlich letztes Jahr schon rausgeschmeissen. Niemand verstanden, wieso der Perez noch eine Contract Extension bekommen hat. Aber die Contract Extension wird eh nicht durchgezogen. Ja, also, von mir eben für zwei Jahre, dass er für zwei Jahre nochmal einen Vertragsverlänger bekommen hat, das ist ja das Krasse gewesen. Ja, ja, aber das ist wahrscheinlich so ein Contract Extension à la, wenn du nicht mindestens 6. wirst, bist du draussen und er hätte wohl nicht gewusst, dass er nicht 6. wäre. Ja, aber weisst du, er hat ja nach der Sommerpause 20 Punkte geholt. Also, seither? Seither. Und Pierre Gasly hat einen Wochenende 20 Punkte geholt. Ja, ich darf sogar den Hülkenberg dazu filmen. Ja, also, nein, der Pierre Gasly hat auch innerhalb von der Sommerpause, wie sie jetzt, den 20 Punkte geholt, natürlich mit dem letzten Grand Prix, wo sie so gut gewesen sind. Aber es ist einfach bitter. Es ist einfach bitter und es ist halt einfach nicht Red Bull-würdig. Ich meine, Red Bull ist ein Top-Team und da musst du einfach halt die zwei besten Fahrer haben, blöd gesagt. Oder einmal, ich meine, du musst einfach das mal so anschauen, also, was alles auf dem Max eigentlich, für Druck liegt, der muss zwei Autos carren. Oder weisst du, der muss einfach fahren für zwei, blöd gesagt. Und das erinnert mich an ein Stat, das ich so illustriere hatte, alle Teams zusammenzählten ihre Punkte seit 2021 und der Max hat mehr als alle Teams zusammen. Irgendwie um zwei Punkte oder so hat er selber mehr Punkte als Ferrari, beide Teammates. Ja, da könnte es sogar noch herkommen, in dem 23 hat er so Punkte abgesahne. Ja. Aber weisst du, auch dort, in dem 23, das hat doch Red Bull die Augen öffnet. Die hatten so ein überlegendes Auto, die haben alles gewonnen bis auf Singapur. Habe ich gemeint, das war das einzige Rennen, das sie nicht gingen. Und der Peres war nirgendwo. Der ist einmal im Q2 rausgekugelt oder irgendwo sonst im Hinterfeld ein bisschen rumgedümpelt. Und sorry, dann musst du dich einfach fragen, das kann es doch nicht sein. Und darum eben, ich meine, sie haben jetzt den Liam endlich in der Formel 1 drin. Und ich meine, klar, ich bin nicht, ich bin nicht, wie soll ich sagen, ich bin nicht Fan davon, dass sie den Riquiard rausgeschmissen haben, aus gutem Grund und alles. Aber der Liam ist sicher ein Fahrer, der es verdient hat. Das definitiv, das sehe ich auch. Und ich habe das Gefühl, also ich meine, es gibt ja viele Gerüchte, das hat ja ein paar Mal geheissen gehabt, dass wahrscheinlich der Peres jetzt nach Brasilien ersetzt wird dann. Und die letzten Rennen, auch wenn es um noch drei sind, nicht mehr fahren dürfen. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass vielleicht plötzlich da ein Move kommt. Und das ist eigentlich ein Reis zu lassen. Man nimmt dich hoch. Geht straight zu Red Bull. Ich meine, was haben sie zu verlieren? Sie können immer noch den Yuki reinfetzen. Das nächste Jahr, wenn sie sehen, der Lawson performt auch scheisse. Dann sind wir noch Backup. Und ich meine, sie können dann gut einen Formel 2-Fahrer hochnehmen. Weil ich meine, schlussendlich, nächstes Jahr haben wir Berman drin, wir haben Antonelli drin, wir haben eben den Lawson als Rookie drin, und wir haben dann den, wer haben wir noch? Der Bortoletto jetzt da noch drin, den haben wir den, Antonelli. Da habe ich schon gesagt, den haben wir den Dings, den Jack Doon, der ist ja auch noch, kommt auch noch. er ist so schlimm. Jedes Mal mit dem Simi, habe ich auch zuerst mal darüber geredet, kann ich auch sagen, den vergisst man immer. Also, es kommen 5 Rookies hoch. Eventuell Colapinto, weil eben das wäre noch eine coole Ausweichvariante für Red Bull, dass sie den Colapinto nehmen. Weil Colapinto, 1-2-1 Senna, optisch. Fahrertechnisch auch, sorry, auf jungen Gott. Ja, gut, er ist scheisse gebaut. Aber er ist eigentlich wirklich gut. Er ist wirklich gut. Und, das wären 6 fucking Rookies, in der CSO 25 Uhr würde kommen. Es nimmt mich Wunder, wie lange her das ist, dass wir so viele Rookies haben. Ich habe keine Ahnung. Ich erinnere, das meiste, wo ich glaube, so ein bisschen aktiv mitgeschaut habe, war der Norris, der Russell und der Dings. Der Elbon. Ja, also 3. Also, ich kann mich nicht erinnern, ob sie einmal 6 Rookies drin hatten. Aber das zeigt ja einfach, wie viele Teams, oder ja, mal Teamchef und alles gesehen, die Rookies können inzwischen fast besser geschlagen mit neuen Autos, als die eingefleischten. Und darum gehen da jetzt zahl ich auf die Rookies. Und, also ich meine, es ist halt einfach auch sehr viel Fahrtalente um mich momentan. Ja, jetzt mal abgesehen vom Duen. Ah, ja, stimmt. Der Portoletto ist absolut krank, aber wir können später noch auf ihn zu reden. Der Colapinto hat sich mehr als bewiesen, der Lawson hat sich mehr als bewiesen, der Berman sei dahingestellt, Antonelli hat sich mehr als bewiesen. Also es ist wirklich, ich verstehe, dass man die Fahrer nimmt. Ich verstehe, dass man auf die geht, weil sie sind günstig und gut, sie tun böse, aber es ist so. Gut und günstig. Aber ich denke, ich denke, man merkt halt schon, also der eine oder andere Fahrer hat einfach Mühe mit dieser neuen Fahrzeuggeneration und die Jungen, vor allem die ganz, ganz Jungen, die jetzt die letzten zwei, drei Jahre Formel 2 gefahren sind, die haben die neue Fahrzeuggeneration auch schon gespürt, respektive nur schon die alte Fahrzeuggeneration ist näher zu gewesen an den neuen Formel 1 Autos als vorher. Also ich verstehe es, die haben gute Kontrollen über die Autos, sie sind einfach stark, sie sind schnell, also es macht einfach nur Sinn. Voll. Nein, darum, ich habe es von offen zu sehen, dass es eben Teams machen, also das hat eben jetzt leider so die kleine Eingefleischte müssen auch abtreten. Aber ich denke jetzt noch mal zum Zurückkommen auf den Mexikon-Grundprin, weil sie mir wieder recht abgeschweift. Ich glaube schon daran, dass Peres State sich, ja, dass es richtig verkackt hat. Der Lawson hat sich gut bewiesen und ja, ich denke, dass es jetzt zwischen Brasilien und Vegas ja, eventuell noch zu einem Knall wird kommen und nochmal einen Switch wird geben. Und ja, ich meine, der Mexiko-Gip ist einfach der beste Beweis dafür, dass der Lawson auf der Strecke stärker ist als der Peres. Voll. Ja, definitiv. Und ja, wer auch bewiesen hat, dass er stärker ist auf der Strecke als der andere, ist, sage ich jetzt mal, der Max. Oder er hat sich so breit gemacht, dass Lendo gar keinen Platz mehr gehabt hätte. Ich finde es lustig. Für mich, das ist glaube ich das erste Mal gewesen, als ich so richtig hässig wurde von Max. Nein. Nein, für mich ist es too much gewesen. Nein! Das Ding ist, so schnell wie ich hässig wurde, so schnell habe ich dann auch sofort wieder gedacht, das ist einfach typisch Max, das ist einfach geil irgendwie. Aber, ja, I don't know, für mich ist es so ein bisschen, zweimal rausgedrücken, ist es ein bisschen gar heftig gewesen, verdient die zweimal 10 Sekunden Strafe. aber es ist halt einfach, wenn du den Max anstichelst und blöde Sprüche bringst und dich nervst, dann passiert das. Ja, hast du also mal, hast du ein Clip gesehen, wo er E-Sport fährt, oder Dings, E-Racing, der Dächer hat er irgendwie einen Gegner vor ihm gehabt, der zweimal die Linie wechselt, und macht er, fährt er einfach hinten rein und sagt, er hat es verdient, er hat so die Linie gewechselt, einfach so eiskalt, und seine Teammates lachen einfach über das, was er gemacht hat. und so, aber es ist halt einfach geil, so, eben so, es ist mir eigentlich scheissegal, weisst du, so die Einstellung, die er jetzt hat, das ist halt eben schon geil, das hat schon einen komplett anderen Max, als vor ein paar Jahren, wo er eben noch gar keinen Championship gehabt hat, weil du merkst, er hat einfach, hurra, er will einfach rennen fahren, dass er gewinnen kann, oder er will einfach immer das Bestes mögliche rausholen, und ihm geht es nicht um WM-Titel und Erfolge, also Erfolge, er will schon erfolgerlich sein, denke ich, aber er will nicht, Dings, Rekord, was er halt nicht brechen, in dem Sinn, und seine Haltung, wo er jetzt einfach auch hat, auch seine Kommentare, wo er immer gesagt hat, das ist so geil, auch jetzt wieder nach dem Brasilien Grand Prix, wo er gesagt hat, so, ja, wo ist da eigentlich die britische Presse, haben sie müssen an den Airpod gehen, weil er, das ist so, Alter, er ist schon einfach so richtig, schau, einfach alle Toastet da drin, richtig geil gewesen, und einfach so Aussagen, für das muss ich wirklich sagen, der Dings, der Lander hat ja bei einem von seinen Wins gesagt, that's what I call simply love you, und dann nachher der Max auch, beim Schluss des Rennens, er so, that was simply lovely, so, okay, okay, the fire is back on, es ist halt einfach, der Max, ich habe das Gefühl, der fährt momentan wie ein Angeschoss, nichts Tier, es ist einfach, es ist ihm alles scheissegal, und, genau so hat er halt auch die 21er Championship gewonnen, und, ja, wegen dem, wie der jetzt auch die wieder gewinnen will, der Norris hat einfach nicht den Biss, den Max hat, es tut mir leid, er ist kein schlechter Fahrer, ich weiss es nicht, nein, ich habe es schon oft gesagt, ich rede mir eigentlich jedem Podcast über den Norris auf, aber, es tut mir leid, wenn ich es so hart muss sagen, aber der Norris ist einfach ein schlechter Fahrer, sorry, nein, nein, das kannst du nicht, klar ist irgendwo durch auch Talent um und so, aber, es zeigt ja, ich meine, es hat es schon mehrfach gezeigt, und das ist nicht die erste Saison, ich meine, im 21er hat der Jahr die Möglichkeit, keinen Sochi zu gewinnen, und, es zeigt einfach, sobald er unter Druck ist, dann funktioniert jetzt einfach mal gerade gar nichts mehr bei ihm, und, ich meine, immer das verdammt kühl, auch, weisst du, du musst dir nur mal schon mal überlegen, auf 25, der wird so drunter kommen, den Norris, wie der Piastri, der fährt dann nicht mehr so wie das, oder, der lässt dann, ich meine, wie peinlich muss das sein, du verkackst, also, wir gehst dann wieder vorne, Brasilien, sorry, ich muss immer vorgreifen wieder, aber es sind jetzt so viele Paradebeispiele passiert, du fährst vorne, oder beziehungs, bist vorne, kackst mehrfach ab, bei Restarts, und landest wieder hinten, in dem Tico League, und er muss dich wieder vorne lassen, wie peinlich muss das sein, das kannst du nicht verantwortlichen, und, ja egal, der Sprint ist ja auch nochmal so etwas gewesen, und, einfach nochmal zurückzukommen, ich finde jetzt, dass da, wo Verstappen gemacht hat, klar, es war herr gewesen, und klar, irgendwo durch muss er sagen, okay, es ist schon echt dirty gewesen, was er gemacht hat, aber ich habe es gefühlt, weil, seien wir ehrlich, in jeder Formel 1, in jedem WM-Kampf, in der Formel 1, wo man gewusst hat, okay, jetzt wird es eng, jetzt geht es so ein bisschen um alles, die fahren alle immer so, wie ist der Hampton gegen den Rossberg gefahren, wie ist, auch zum Beispiel, zu machen gegen den Hill gefahren, genau, der Paradebeispiel, er ist dieses Qualifizit, wo sind alle Punkte aber erkannt worden, im Schumi, eine steht, gegen den, wo, das war Filmlöf, glaube ich, und, es gehört dazu, es ist normal, darum, ich verstehe das nicht, wieso heulen, so viel rum, ja der Max, der fährt so aggressiv, das geht nicht, der muss mich einbremsen, einer auf Social Media, so ein Dude, wo irgendwie so, weiss ich, ob der Mips macht, oder sonst irgendwie, so News, der schreibt, er hat noch nie ein sonst gefährliches Fahrmanöver gesehen, von einem Fahrer, da denke ich so, Bro, Alter, wie lange liest du den Formel 1? Geh mal go, NASCAR schauen, ja, nein, Absicht andere nicht, so crashen, es ist einfach so, da müssen Sie mich nicht korrigieren, und es ist einfach so, wenn, wenn man so nicht fährt, ist man schlussendlich nicht Championship würdig, und das ist das, wo Norris die ganze Zeit auch beweist, er ist nicht Championship würdig, weil er fährt einfach nicht wie ein Champion, du musst reinhalten, das Kranken an dem Ganzen finde ich, der Max weiss, er ist genug gut, dass er gemütlich sich einen 20 Sekunden Straf kann gönnen, und trotzdem immer noch Sechster wird, das ist krass gewesen, und das spricht auch wieder für die Performance, für das Auto, das spricht vor allem in meinen Augen für ihn, ja, ja, logisch, er ist, so viel würde den Kopf nicht mehr kühl behalten, und würde eine verdammt Sache draus machen, also gerade Norris, statt davor, Norris kommt für so etwas in 20 Sekunden Straf rüber, der wäre wahrscheinlich 12 geworden, ja, 100 Bruder, aber er ist dann einfach nur noch mehr angestochen worden, und dachte, gleich, komm wieder, weißt du, so in dem Stil, ja, der Max zeigt einfach wieder mehr, das ist, er ist Champion, weil er sofort wie in der Fahrt, ja, rohes Talent, und das ist sein Fahrstil, es ist rohes Talent, und das rohe Talent hat mir extrem in Brasilien gesehen, ich mache jetzt da einfach die Gumm zu dem, weil man könnte nicht aufhören, die ganze Zeit davon reden, also nur noch kurze Einwürfe, Ferrari, Mexiko, Sainz ist Baba gewesen, jetzt ist es gut, riesen, riesen King, Sainz, liebe Gott, ich hasse, dass du weg von Ferrari gehst, ohne Scheisse, also, dass er muss gehen, so musst du es sagen, dass er muss gehen, aber es ist immer noch kein Scheiß, weil er muss Platz machen für Hamilton, also es ist voll okay, ja, aber Sainz gleich, aber es ist ein Schand, ich will es schon vermissen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, definitiv, und er sieht gut aus, muss man auch sagen, ja, das ist schon satt, immer wichtig, aber Leclerc sieht gut aus, ja, in any case, Dings Brasilien, also Verstappen, das Ding ist, ich habe, viel Verstappenrennen gesehen, logischerweise, aber das, ist auf einem anderen Level gewesen, Masterclass, ja, das ist Masterclass, also, das ist wirklich so ein Senna-Type-Drive, also wirklich, wirklich so, wie denen in Brasilien, wo man den Gang nicht mehr gehabt hat, und alles, und einfach alles trotzdem noch fickt, also, es ist unglaublich, wie der, von hinten, einfach gegen vorne kommt, und kein, einfach niemand, niemand ist in meinem Weg, niemand, jeder Restart, perfekt gehandelt, wie er taktisch überlegt hat, den Ocon nicht gleich zu viel zu überholen, währenddem es noch verdammt am Abenschiffen ist, nachher noch einmal das gemacht hat, und innerhalb von den letzten paar Runden, zwei, zwanzig Sekunden, raushalt, hey, der hat das Hinderst gestartet, das Hinderst, und wird mit 22 Sekunden Vorsprung, nicht ganz zählen, das ist 17. Ja, 17, aber es war ja noch Pit-Line-Stack, man muss natürlich auch wieder da sagen, er hat natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, einerseits, was vor ihm passiert ist, mit den Autos, plus halt noch natürlich, die Red Flag hat um C-Serie Karten gespielt, aber natürlich auch Alpine, was ihn auch ausgezahlt hat am Schluss, also, es ist, ich sage schon auch, also, weisst du, ich will es jetzt nicht runterreden, er ist brutal gefahren, und ich meine, allein, dass auch schon Lewis Hamilton und auch Fernando Alonso bei ihm unter einem Instagram-Post schreiben, so, es war ein sehr guter Drive, und so, das sagt ja auch schon viel, wenn so zwei Goats eigentlich noch kommen, weisst du, also, da gibt es wirklich nichts darüber diskutieren, da hat er einfach wieder mal ein bisschen mehr bewiesen gehabt, was ihn, oder was, was ihn ausmacht gegenüber anderen Fahrern, da kann er noch, sagen wir mal, er hat ein Auto, das sicher schwieriger ist und schlechter ist zum Fahren, als jetzt zum McLaren, aber durch die gleichen so outperformen, das spricht brutal für ihn, und das hat er halt einfach wieder einmal mehr bewiesen, es ist wirklich, es ist so geil gewesen, zu ihm zu schauen, und ich hatte richtig mit Fieberen, wie weit vorne, dass er kommt, aber das er erst so macht, hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, also, sein Drive, muss ich ganz ehrlich sagen, der hat mich sehr an sein 2016er Drive erinnert, ja, stellt fast der schon ein bisschen einen Schatten rein, muss man auch sagen, ja, definitiv, also, ich meine, auch dort in, zwar nicht die Overtakes vielleicht, weil die sind krank gewesen, in denen, aber, ja gut, er hat jetzt aber auch geile Overtakes gemacht, in Turnice rein, in das er sich immer hoher spät reingebremst hat, das hat er einfach fünfmal gemacht, oder so, es hat immer funktioniert, aber das ist halt das, weißt, einfach früh probieren, und checken, und verstehen, wo der Grip ist, das ist das Wichtigste, wenn so Regenrennen hast, und du siehst einfach, viele kommen gar nicht darauf klar, viele versuchen einfach, die ganze Dinge, ein Auto unter Kontrolle zu bauten, und es gibt wenig Fahrer, und da zähle ich zum Beispiel eben gerade Alonso damit dazu, wo einfach Reconnaissance machen, die können einfach zuerst immer schön ein bisschen schauen, wo man was machen könnte, aber dann nicht lange überlegen, einmal zu spüren, dass du es kannst, und dann rein, und wegen dem, ich finde es nicht umso erstaunlicher, dass er zum Beispiel eben gegen Piastri den Move auch so einfacher können machen, dann fragt sich für mich so, hat der Piastri das nicht mitbekommen, hat ihm das Team das nicht gesagt, oder hat ihm das Team gesagt, und er hat es unterschätzt, einen Weg steht McLaren und oder der Piastri einfach richtig schlecht da, weil er halt einfach null verteidigt hat, so. Ja, also ich glaube, oder Piastri denkt sich so, fuck off, Norris muss scheisse da stehen, damit ich nicht schaffe. Ja, weißt du, ich glaube es ist einfach der Move von Piastri, ich glaube es ist einfach der Piastri, der Wien hat damit gerechnet, dass er es probiert, weil eben, Aber er muss ja damit rechnen, wenn er das schon dreimal vorher macht, dann muss er das ja gut, er greift dort an. Ja, gut, das stimmt, aber wahrscheinlich ist ihm nichts gesagt worden, aber das ist halt McLaren, die machen, was so Strategie-Technik oder was eben so Kommunikation anbelangt, haben wir ja im Sprint gesehen, ist eine reine Katastrophe bei denen. Ich meine, allein schon beim Sprint, der Piastri ist vorne, Norris hinten, und sie zögern sie so lange raus, wieso lässt du den Norris jetzt schon von Anfang an vorne, dass er auch Boden gewinnen kann und dann nimmst du einfach den Piastri mit der DRS mit, versuchst dich ein bisschen zu lösen, weil sie hätte den Speed gehabt, aber sie machen es nicht, sie lernt die ganze Zeit so und dort ist ja der grösste Skandal, der nachher passiert, der Hürgenberg hat ja nachher einen Motorstall, ist ein Stabloben und das erste Mal der Hürgenberg steht an einer Stelle, die einfach unsicher ist zum Aussteigen. Es bleibt geil. Zwei Runden lang bleibt geil. Danach hat sich der Hürgenberg so, ja Kollege, ich gehe jetzt da mal raus, weil rein theoretisch dürfte er ja gar nicht aussteigen, wenn es nur gelb ist, weil es Sicherheitsgründe, oder? Es könnte ja sein, dass er eine reintonnert, man muss ja eigentlich, normales wird ja das VSC gerade ausgelöst, weisst du, in so Sachen, weil, ich meine, du willst mir ja nicht erzählen, dass der F1 nicht gewusst hat, wo er steht, und die haben genau gesehen, wo er ist und danach steigt er raus und dann kommt das VSC und komischerweise kommt das VSC gerade dann, wo Norris am Dings vorbeigegangen ist, am Piastri. Imagine, der Norris wäre nicht vorbeigegangen und der Piastri wäre vorne geblieben und es wäre das VSC gekommen. Ich glaube es nicht, dass es noch gelangt hat für einen Driver Swap am Schluss. Ja, also FIA steht glaube es dem Wochenende definitiv für fucking incompetent Assholes. Ja, sie sind ja recht in der Kritik gestanden dort, weil auch es sind zwei, also der, wie hat er geheißen, der Johnny Herbert ist dort gewesen mit der FIA und noch ein anderer Dude und die sind beide mit McLaren zusammen am Arbeiten und das hat ja schon riesige Aufrufe gegeben so, ja, wieso kommen jetzt gerade die zwei? Das sind sicher nicht überhaupt die Leute da drin, also das macht ja gar keinen Sinn. Eben, ja, das ist aber wieder das System, wo ich die ganze Zeit anfange. Ich weiss, du findest es nicht so schlimm, aber ich habe einfach Mühe damit, dass die Rotating-Leute sind, einfach einer, der konstant ist, die nie mit einem Formalize-Team gearbeitet hat. Klar, ein Driver, okay, kommst du nicht darum herum, dass der mit einem Team gearbeitet hat, aber ich finde es so schlimm, es funktioniert einfach hinten und vorne nicht und es ist inkonsistent und man sieht es einfach. Und weisst du, ich finde es eigentlich schade, es sind die gleichen Probleme, wie wir schon seit zwei, drei Jahren immer wieder sagen. und das Wochenende ist einfach extrem aufgefallen. Das mit dem Hulkenberg ist glaube ich nicht nur das Einzige gewesen, es gab noch zwei, drei andere Sachen die man auch einen komischen Magen gegeben hat. Aber das ist sicher das beste Beispiel dafür. Das ist sicher das beste Beispiel. Wegen dieser Hulkenberg-schwarzen Flagge werden wir schon bei dem Hulkenberg sehen. Ich weiss, ich mache ein bisschen Kumpi jetzt. Aber etwas, das ich hasse es. Er ist beeched. Es ist schade, aber wer steht der Schuld, dass er beeched ist? Er oder die Strecke wie sie baut ist? Das ist so ein bisschen 50-50. Okay, er hat sich rausgespinnt, aber andere spinnen sich dort raus und können weiterfahren. Jetzt hat er einen kleinen Push bekommen von den Marshalls und darf wegen dem weiterfahren. Das ist etwas, was ich immer wieder Mühe habe. Es passiert zum Glück nicht oft, aber wenn es passiert, dann denke man einfach so, ich finde das eigentlich weder für das Team noch für den Fahrer wirklich fair, dass wenn jemand einen kleinen Push braucht, um wieder starten zu können, dass er halt wieder starten kann. Okay, wenn er im Gravel ist, ist es dann wieder anders. Wenn jemand im Gravel ist und rausgelüpft wird und wieder weiterfährt, wäre etwas anderes. Aber ich finde, solange der Fahrer nicht aussteigen muss, um sein Problem zu behalten, sollte er weiterfahren. Ich weiss, das ist ein bisschen controversial, aber ich finde das nicht so fair. Also, ich finde es jetzt nicht schlimm, muss ich ehrlich sagen. schlussendlich, es ist ein Regler, Regler sind Regler, weisst du, wie ich meine? Ich meine, Senna ist, also gut, er ist jetzt wegen dem nicht disqualifiziert worden, aber er hat ja einen Pushback bekommen in Suzuka dazumal, dass er weiterfahren konnte, als er mit dem Brust zusammengekommen ist. Aber er ist dann disqualifiziert worden, weil er die Schikane gehandelt hat. Die Schikane, das ist so die dümmste Stoff. Aber er ist ja nicht so, dass es einen Zeitvorteil gegeben hat, solange er nicht gestanden ist. Aber egal. Nein, schlussendlich, es sind halt Regeln, der Hamilton, der Schamot 2-7, ist er ja in China ins Käse rausgefahren, ist das glaube ich gewesen, und er wollten es ja auch rausschieben, und er ist aber auch Steckerblab an die Bank, ich bin mir gar nicht sicher, ob er rausgeschraubt hat. Aber, also, ich habe jetzt so ein Problem mit dem, weil schlussendlich, ist ja der Hückenberg selber geschaut, die Strecke ist so, wie sie ist, kannst du nicht ändern, und der sagen. Aber er hat sich selber die Situation reingebracht, weißt du, was ich meine? Also, von dem her, ich sehe jetzt das Problem so dort. Okay, aber dann sage ich dir jetzt, wo ich das grösste Problem an dem ganzen sehe. Er hat ja den Crash gehabt, und konnte dann weiterfahren. Es ist ja obvious, eigentlich, wenn er gestossen wird, und sie sagen, ja gut, es gibt eine klare Black Flag, dass er einen Black Flag bekommen muss, und in meinen Augen sollte es innerhalb der nächsten 1-2 Runden passieren, dass er reinkommen muss. Es hat aber nie einen Black Flag gegeben, bis die rote Flagge kommt. Ja, gut, aber die rote Flagge ist ja relativ kurz darüber gekommen. Also, ich glaube, es ist so viel in diesem Moment auch passiert, dass es ja auch zuerst einfach nur, das Ding ist, der Verein kann ja nicht, oder das Doors kann ja nicht einfach sagen, es gibt eine Black Flag. Sie müssen ja das immer zuerst untersuchen, und die Untersuchung ist ja gelaufen. Ja, aber die Untersuchung darf doch nicht lange gehen. Wenn ganz klar ist, ein Fahrer darf nicht weiterfahren, dann muss man so schnell, wie es geht, rausnehmen. Und das muss innerhalb von Runden passieren, auf ein, zwei Runden. Weil, stell dir vor, der Hulkenberg crashed in einen Max Verstappen rein, obwohl er eigentlich gar nicht mehr gefahren hat. Ja, aber ist nicht gerade da ein Safety Car gekommen? Nachher. Es ist ein Safety Car gekommen und dann ist der Colapinto in die Wand und dann ist Red Flag gekommen. Ich habe gemeint, es hat noch ein paar Runden dazwischen gewesen, vielleicht bin ich auch gleich kompult. Also ich habe gemeint, es ist direkt direkt ein Safety Car gekommen, der ja so viel Räge eingesetzt hat. Ich versuche, das mal rauszufinden, weil ich habe irgendwie im Kopf, dass er wirklich noch ein paar Runden mitgefahren ist. Also er ist ein paar Runden mitgefahren, aber ich habe gemeint, es ist schon lange kein Rennspeed mehr gewesen. Aber ich kann auch sein, dass ich mich täusche. Also ich sehe, ich weiss, was du meinst, aber ich sehe jetzt das Problem dort, muss ich ehrlich sagen. Okay. Also ich sehe wirklich das Problem. Aber eben, es ist halt einfach so viel auch dort passiert, ich kann mir halt einfach auch vorstellen, dass es einfach ein bisschen länger gebraucht hat, bis ich gewisse Sachen anschauen konnte. Weil eben, ich meine, wenn wir schon beim Colapinto sind, ist ja auch echt bitter, was Williams, das Wochenende dort, hat mir es erleben. Also die haben jetzt wirklich mal einfach gedacht, ja heute zünden wir mal ein paar Millionen an. Also was die an Autos geschlissen, haben beide Fahrer, das ist ja wirklich nicht mehr schön, Elben im Qualifying so kaputt gefahren, dass er nicht einmal das Rennen hat können starten. Und er wäre ja noch gut positioniert gewesen. Er hat dann zwar gemeint, es sei irgendwie ein Fehler am Auto gewesen, weil es hat sich nicht so angefühlt, dass es wäre das Auto richtig gewesen. Ist natürlich schwierig zu sagen im Nachhinein, aber ja, der Colapinto auch und der Safety Car ist natürlich extrem peinlich, da kann ja der Grosje ein Lied davon singen mit Ericsson Hedas. Das war gerade das Erste, wo mir in den Sinn kam, ist so Ericsson Hedas. Aber ja, nachher ist ja die Red Flag gekommen und ich glaube, die Red Flag war vielleicht nicht mal so schlecht gewesen, dass auch der Regen hätte ein bisschen vorbeiziehen können und ja, hat natürlich dem Norris gar nicht geschmeckt das Ganze, die Red Flag, weil die anderen haben natürlich einen geschenkten Pitstop bekommen und er ist ja gerade mit dem Russell zusammen, ja was ist das etwa gewesen, vielleicht 5-6 Runden vorher in die Pit reinkommen. Also sehr bitter, er hat sich ja dann nachher mega aufgeregt den Norris wegen dem, aber mein Gott, ich meine, das ist jetzt halt auch wieder so etwas, der ist ein verdammt schlechter Verlierer, weil ich meine, weisst du wie oft hat es schon andere getroffen mit dem? Es sind Kupilla und es ist Red Flag gekommen und dann die anderen gratis Pitstop bekommen und ja, du hast halt auch in die Röhre geschaut und er regt sich super auf und alles drum und dran und auch seine Aussage am Schluss von wegen, ja es ist nicht Talente, es ist einfach Glück gewesen. Naja, weiss ich halt auch nicht, was ich von dieser Aussage halten soll, weil es ist halt einfach schon, der E-Tore muss auch sagen, es zeigt einfach, oder er tut sich dann einfach nur noch mehr damit unterstreichen, dass er ein schlechter Verlierer auch ist, klein und ja, dass er einfach selber weiss wahrscheinlich, dass er Scheisse gebaut hat, weil er hat Scheisse gebaut, weil sorry, jeder Restyle, ist es wohl der Start schon am Anfang und das, was am Start passiert ist, es ist ja nicht mal grün gewesen, er fährt einfach los, so ein Fehler dürfte doch in einem Fahrer nicht passieren, auch wenn du weisst, es gibt jetzt noch mal eine Einführungsrunde, weil, sorry, der Payas einfach ins Käse rausfährt, aber das darfst doch du denn als Fahrer nicht einfach rausfahren, also klar, wenn du weisst, es gibt noch mal eine Einführungsrunde, fährst du doch nicht einfach los, obwohl das dort noch rot oder gelb leucht, blöd gesagt. Ja, das ist ja vor allem das, es gibt ganz klar Abandoned Starts und es gibt Aborted Starts und du gehörst da schon im Wort, ein Abandoned Start und ein Aborted Start ist nicht das Gleiche, Aborted heisst Abbrochen, Abandoned heisst eigentlich Kaltgeleit, man macht noch eine schöne und wenn das alles gelb leuchtet, nie ein grünes Licht kommt und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dir auch niemand von deiner Pit Crew sagt, gut fahr los, dann wartest du auf dem Grid. Ja, und lieber wartest einiges mehr als ja, ist ja wie im Strassenfehl, er sagt ja, man soll ja lieber wartest einiges mehr als einfach machen, weisst? Ja, Stress bringt nichts, slow as fast, sagt man ja auch, also, hat wirklich genau das und es erstaunt mich, dass er keine Penalty bekommen hat und ich glaube, das Einzige, was ihn geschützt hat davor, ist, dass so viele andere auch mitgefahren sind. Ja, dann muss ich auch sagen, also, dann gibst du dir auch einen Penalty anstatt gar niemandem. Ja, gut, also, das sitzt irgendwo durch, kann ich, also, er hat ja 5'000 Dollar Strafe, hat er einfach bekommen. Ja, aber kein Race, ja, und der Russell hat ja auch die 5'000 bekommen und ich kann es irgendwo durch nachvollziehen, dass man nur ein C2 bestraft hat, weil die anderen schauen natürlich dann nicht mehr reaktiv, ja, schauen natürlich nicht aufs Licht, die fahren einfach den anderen hinten nach, ich kann irgendwo durch nachvollziehen, muss ich sagen, aber rein theoretisch hast du schon recht, man müsste die eigentlich alle bestrafen, weil sie die alle beraten, wieso, dass sie keine Strafe bekommen? Ja, die sind wahrscheinlich auch eine feige Aussage, die hat gesagt, aber sie sind auch wegen der anderen vorne gefahren. Nein, es ist viel einfacher, es hätte es noch nie gegeben, es ist noch nie vorgefallen, dass bei einem Aborted Start halt einfach schlichtweg noch einmal losgefahren wird und es gibt im Regelwerk keine Strafe dafür. Ah, perfekt, aber weisst du, schlussendlich, du kannst auch wieder die normale Strassenverkehrsregeln nehmen, wenn drei Autos vor mir beraten durchzufahren und ich fahre auch noch darüber beraten, dann werden wir alle bestrafen vorne die Schmier stehen und uns rausnehmen. Ja, ich sage entweder du bestrafst auch oder gar nicht. Ich kann es nachvollziehen, dass vielleicht die FIA so reagiert, aber rein theoretisch wissen wir es alle bestrafen, sehe ich auch so. Weil Max hat es richtig gemacht, er hat einfach die Schilder gewartet, weil er gewusst hat, ihr Kollege, es ist ja rot, also ich darf ja gar nicht fahren und dann ist er einfach den Namen gefahren. Und ja, aber es ist einfach, ja. Na gut, ich glaube, dann, wo die zweite Gruppe losgefahren ist, ist es halt wirklich einmal von der FIA gekommen, okay gut, ja, wahrscheinlich schon. Aber gleich, das sind so Sachen, das darf, das darf dir nicht passieren. Ich weiss nicht, was Norris dann gemacht hat, das darf dir nicht passieren. Und einfach auch sonst eben sein ganze Fahrstil über das Regen rennen. Es ist wirklich, es ist wirklich schlecht gewesen. Es ist wirklich, wirklich schlecht gewesen. Es sind vor allem einfach die Restars, weißt du, das Ding ist, du kannst dein Team hassen dafür, dass es dich überhaupt in die Position gebracht hat. Ja, okay, gut. Die Entscheidung von den Pits habe ich sehr fragwürdig gefunden, dass sie gegangen sind. Ja, er hat wahrscheinlich auch Gjommern kam, am Funk, dass seine Reifen nicht gut sind. Ja, aber auch dann, es macht keinen Sinn, wenn die Fahrer sagen, die Reifen sind nicht gut, am Ende vom WC gehen. Es war so dämlich. Und dann einfach mit den Restarts, das ist einfach, sorry, das ist dein Bock und das ist das, was du schon immer nicht im Griff hast. Seid Standing oder Rolling Start, er kann einfach keine Restarts machen. ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Platziere dein Auto, bist aggressiv, du bist der Frontman, du musst gewinnen. Wenn jemand in dich reinfährt, ist es sein Bock. Ich finde, das ist doch wie ein Kartingfahrer am Sonntag. Wenn du als langsamer Fahrer auf der Strecke bist, es bringt dir nichts, Angst zu haben, der schnelleren Fahrer hinter dir. Oder? Was bringt dir das? Du musst vertrauen, dass die, die schneller sind, dich auf eine Art überholen, ohne dass sie dich rauscrashen. Und wenn du dein Auto richtig platzieren würdest, könnte sie auch dann nicht überholen. Das ist ein bisschen Basics in meinen Augen. Wenn du weisst, jemand ist schneller, dann verlierst du einen Weg. Wenn du dir einbildest, du bist schneller als alle anderen, dann wirst du nicht verlieren. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ist sein Problem, seine Mentalität ist, glaube ich, nicht, dass er der schnellste auf der Strecke ist, sondern auch Canon Hamilton und Verstappen und so in der Nähe. Die könnten mich überholen. Ja. Das fühlt sich manchmal an, wenn man seine Restarts anschaut. Ja, er im Feld hat einfach so den gewissen Biss und ich habe einfach das Gefühl, das wird er eben wie nie bekommen. Weil ich meine, Schluss am Ende, ich meine, er hat ja selber schon ein paar Mal öffentlich gesagt, er hat ja Mühe mit Psyche und so alles ein bisschen. Er ist ja glaube ich auch in Therapie. Oh, krass. Und so Dinge, die natürlich dann so passieren, ist natürlich, ja, das macht es besser. Das muss man natürlich auch sagen. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht, dass er wegen dem gerade so irgendwie so einknickt jetzt. Ich denke schon auch, dass er noch einen guten Drive hat. Ich denke auch, dass sie zum Beispiel gerade in Katar sehr stark werden sein. Aber, ja, es ist halt immer so, wie soll ich sagen, so ein Glas, das halt immer wieder ein bisschen zerbricht und du versuchst, es halt immer wieder zusammenzubauen. aber ein Scherbe, der noch mal bricht, weisst du, wird halt schwierig, dass du es dann wirklich zusammenbringst, wieder blöd gesagt. Ja, ich sehe, was du willst, dass es nicht bricht. Das ist halt einfach, nächstes Jahr wird es nicht einfacher, nächstes Jahr wird es eher schwieriger, eher schwieriger mit dem, ja, mit dem Piastri zusammen. Darum, irgendwo durch tut er mir natürlich schon auch leid, weil ich würde es ihm natürlich schon auch gerne, aber ich habe von Anfang an immer gesagt, dass mit seinem Fahrstil, wie er ihn jetzt an den Tag gelegt, eben, hat er halt einfach einen Championship nicht verdient, zu gewinnen. Weil es fehlt einfach zu viel. Es fehlt einfach zu viel. Wenn er das jetzt würde gewinnen, dann würde jeder wissen, dass der Max eigentlich der Einzel-Championship Ja, es wäre so unverdient. Und ich meine, schlussendlich, jetzt gerade Brasilien war das Paradebeispiel mit dem, der Max hat keinen einzigen Fehler gemacht, ich glaube, einmal hätte er sich verbremst. Einmal hätte er sich in Turn 1 ein bisschen verbremst, aber sonst, nie. Mit diesen Conditions, also logisch. Und der Norris, ich weiss nicht, wie oft das der ins Züge rausgefahren ist, und klar, der Piastri hat auch seine Probleme gehabt, mag vielleicht sein, dass auch das Auto vielleicht nicht so gut im Regen funktioniert, aber jedes Auto funktioniert nicht gut im Regen. Ich meine, wer war das? Der Ferrari? Der hat auch eine hohe Mühe gehabt. Der Ferrari war so gut in den letzten paar Rennen, wenn er das Einzige zweimal gecrasht, eins im Qualifying und eins im Rennen. Und der Leclerc hast du ihm auch angesagt, dass der voll den Struggle hat. Ja, aber das zeigt einfach, dass Teams sich auf Trockenenren fokussieren, weil der Grossteil von den Rennen ist im Trockenen und dann tust du das Auto logischerweise auch für das konzipieren. Aber dort kommt auch noch die Schwierigkeit dazu, dass du mit dieser neuen Autogeneration einfach so schnell Aquaplanung hast. Was macht ein Auto? Es saugt sich an Boden. Wenn du die Pfützen unter dran hast, dann hat es nichts mehr zu sich daran saugen. Ich finde das immer ein bisschen kritisch und man hat es vor allem im Qualifying gesehen. Das waren ja fünf rote Flaggen in einem Qualifying. In einem Race-Setting würde ich das noch verstehen. irgendwie. Aber das waren zum Teil die einfachsten Crashes. Über den Stroll müssen wir nicht reden, wie das Anfangsrennen ausgekaut ist. Das ist wirklich einfach, das schaffst du nur, wenn ein Stroll heiss ist. Aber all die Crashes, die waren beängstigend. Ich finde auch zum Beispiel der Crash von Coalapinto unter einem Safety Car. Es hat nicht ausgesehen, dass er viel machen konnte. Oder Alonso im Qualifying, das war ganz ganz gruselig, als er dort, was ist das, Chung Sao? Nein, das ist nachher. Der hat ja lange links, den Rapp, wo er fährt. Ja, er will dann wieder hochgefahren auf den Start sein. Also so ein Snap-Over-Seer habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Es ist einfach, er ist kaum am lenken und das Auto fällt hinten raus, das Heck ist vorne. Also es ist krank. Und ja, das scheint einfach die Fahrzeuggeneration zu sein. Ja, das wird wirklich wahrscheinlich wegen dem sie keine Ahnung. Aber es ist, im Rennen hatte er auch ein Megaproblem gehabt, Alonso. Du hast ja einmal im Volk gekürt, dass er anscheinend mega Rückgeweh hat und so. Das ist auch noch so ein Ding. Das hast du sicher auch mitbekommen, dass sie den Track resurfaced haben, dass sie neue Asphalt draufgetan haben. Ja, weil es einfach so bumpy war, haben sie neu gemacht. Es ist aber schlimmer geworden. Das habe ich mitbekommen. Das ist heftig. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist das, was ihm Alonso zu schaffen rückgewebe bekommen. Es gibt auch ein Video, wo er fast nicht aussteigen und das einen ist ihm noch schnell schauen, ob es ihm gut geht. Ja, es ist nicht so optimal, wenn du so viel Geld ausgibst für eine Strecke und dann passiert nichts. Da kann mir immer wieder so Gedanken gemacht werden am Wochenende was macht mir so eine Situation ? Weil sind wir ehrlich, no hate, aber in Brasilien sind alle broke. Die Strecke kann wahrscheinlich nicht noch einmal Geld oder es geht zum neuen Asphalt drauf tun. Die Firma wird das sicher auch nicht gratis machen. Jetzt ist für mich die Frage, FAA hat genug Geld, ob die Ideen nicht nach helfen wollen. Aber FAA gibt Geld aus Verstrecke nicht unterstellt. Die nehmen nur Geld, aber gehen nie. Das ist so. Ja, es ist traurig, aber es ist so. Ja, das ist schon so. Ja, aber der Brasilien Grand Prix war so krass. Ich glaube, so ein Grand Prix ist so etwas, was wir eigentlich uns immer wünschen. Aber das war wirklich ein Up and Down und du hast halt einfach, wenn ich denke, der Max, der hatte so ein schlechtes Qualifying gehabt, der hat gesagt, nein, Norris wird so hart Punkte holen. Und der andere baut seinen Vorsprung auf Norris. Unglaublich. Ich meine, jetzt ist die Differenz, ich muss spicken, oder wäre es gerade ausserendig? Nein, wäre es nicht. Ich war 47 im Kopf. 47. Also Verstappen hat 393 und Norris hat 331. Ja, dann ist das vor dem Rennen wahrscheinlich. Ja, es sind jetzt 62 Punkte, wenn ich es richtig im Kopf gerade zusammen gerechnet habe. Also, der Verstappen könnte ja in Vegas Championship holen. Glaubens, wenn Norris keinen Punkt holt, oder irgendwie er muss nochmal gewinnen, oder so, ich weiss es nicht mehr, irgendwie so etwas war. gewesen. Also, gerade gesagt, spätestens in Katar ist es vorbei. Ich glaube es auch, ja. Also, ich bin 100% erbezügt. Es ist egal, was jetzt noch passiert. Selbst wenn der Verstappen rausgecrasht und sich bei bricht, habe ich nicht das Gefühl, dass Norris das noch hält, bin ich ganz ehrlich. Nein, ich glaube es auch nicht. Also, der verkackt das wahrscheinlich selber irgendwann wieder. Ja, schlichtweg. Ja, aber ich bin gespannt auf Vegas. Ich denke, das wird eher nochmal so vielleicht eine Ferrari-Strecke sein, weil es ja wirklich viel Top Speed straight alles ist. Da könnte die Ferrari gut liegen. Ich denke, Red Bull wird jetzt schon nochmal strug. Ich denke, Red Bull wird eher nur so eine dritte Kraft sein, weil ich McLaren schon immer noch vor Red Bull gesehen habe. Aber eben gerade Katar wird dann wirklich McLaren sein. Aber hier bin ich offen, da weiss ich noch nicht, wie ich das einschätze. Max Verstappen. Das war eigentlich eher so eine Red Bull-Strecke schon immer. Das ist im Max Verstappens Spielplatz. Also, gut auf dieser Strecke. Ja, darum sind wir mal gespannt. Also, ich denke schon, dass es, wie du auch gesagt hast, in der spätesten Zeit Katar wird es entschieden sein. Aber, wer weiss, vielleicht passiert es schon in Vegas. Wäre natürlich cool, dass wir Vegas die Champions gewinnen. Sicher noch geil. Und, ja, wir schauen mal, wie es dann auskommt. Ich bin gerade und überlegen, Brasilien haben wir irgendetwas noch vergessen? Irgendetwas Wichtiges? Was ist so viel passiert? Also, etwas, was ich unbedingt noch sagen wollte, ist, ich habe das so abnormalherzig gefunden, die argentinischen Fans, für Gola Pinto. Aha, ja. Also, das war so schön. Die haben das ganze Wochenende gesungen für ihn und überall in den Ständen hast du nur Argentinien-Flaggen gesehen. Das war wirklich einfach schön zu sehen. Sie haben auch den Oldschool-Formel-Ice-Swiper geholt. Ja, fix, auf jeden Fall. das Ding ist, generell die Fans in Brasilien, das ist einfach etwas anderes. Die Cheeren für fast jeden und so, vor allem auch für Hamilton zum Beispiel. Es ist mega schön zum Zuschauen, aber sie haben einen Chant gehabt, ich habe das so schön gefunden, das war so ein eigentlich ein Ayrton Senna-Chant gewesen, wo sie aber auf Franco gewechselt haben und das war so herzig. Ja, nein, und dadurch bin ich auch sehr, sehr gespannt auf nächstes Jahr eigentlich, wenn dann der Portoletto auch dabei ist. Und mir das eigentlich auch noch mit dem Leben wieder einmal, dass ein brasilianischer Fahrer ein Brasilien Grand Prix wird fahren, weil die Leute werden abfahren auf das. Die haben dann auch schon das so lustig gewesen, wo das Troll im Käse aussen war, haben sie gechantet, Trujkovic, Trujkovic, Trujkovic. Ja, geil. Das habe ich wirklich gefühlt. Das ist so gut. Aber ich glaube, Trujkovic ist einfach zu lange weg vom Formel 1-Sport, vom 2-Sport, sage ich jetzt mal, dass er wahrscheinlich irgendwie da noch gross könnte etwas reissen. Sein Problem ist eh, er ist ein Third-Time World Champion. Er hat drei Jahre Gebrauch zum Champion werden in der Formel 2. Das sind Fahrer, die nicht sehr interessant sind, weil das ist einfach so, ja, unter den richtigen Umständen kannst du es werden und das ist genauso passiert. Wiederum, ein anderer namens Portoletto hat sich den Titel ganz, ganz anders gehalten. Aber ich weiss nicht, wie fest du Portoletto so verfolgt hast, aber ich kann dir sagen, in der Formel 3 hat er schon sehr, sehr gut gefahren. Dort hat er auf Ahit geholt, Formel 3. Dort hat er auf Ahit geholt, genau. Und jetzt ist ja WM-Leiterin Formel 2. Genau, genau. Also der wird auch den holen, bin ich überzeugt, ich weiss, ich bin jetzt ein bisschen cocky gewesen mit meiner Aussage vorher, aber der wird ihn holen. Der wird ihn holen, weil, sorry, ein Fahrer, der hat in Monza als 22. gestartet und gewonnen. On merit. Ja gut, aber ich habe es so nicht geguckt gehabt. Es ist auch viel vorne passiert, wo ihm natürlich auch in Karten gespielt hat. Also man muss das auch ein bisschen... Ja, aber dann musst du es gleich noch schreiben. Logisch, logisch, aber du darfst das auch nicht so ausser Acht lassen. Es ist nicht so, dass er aus eigener Racecraft so gefühlt wie KI auf Null kam und vorn gefahren ist. So ist das schon nicht gewesen. Es hat vorne auch ein bisschen recht gescheppert, was ihn natürlich auch in Karten gespielt hat. Aber die Performance ist schon outstanding auch dort gewesen. Er muss halt sich überhaupt zur ersten Position bringen. Und am Anfang ist es wirklich so gewesen wie KI auf Null. Also bis er so P12 oder so war, hat er auch mal gut gefahren. Hat er gedacht, jetzt pausiere ich mal und schraube mal KI auf. Wahrscheinlich schon. Ja, aber in any case, also der ist wirklich ein sehr, sehr starker Fahrer. Und wegen dem verstehe ich auch, wieso das Kick selber jetzt vor zwei, drei Tagen announced hat, dass sie ihn definitiv werden nehmen. Also der ist ja schon wirklich schon lange im Rennen gewesen. Ich finde es immer schwierig, wenn du noch andere gute Auswahlmöglichkeiten hast. Und ich finde es auch schwierig, dass man den Bottas rausschiesst, weil der hat jetzt wirklich... Es ist schwierig zu sagen, wie gut er performt hat. Ich würde aber nicht sagen, dass er schlecht performt hat. Und es ist auch gleich ein Bottas mit viel Erfahrung und so. Aber sie übernehmen ja den Hulgenberg. Ja. Schluss am Ende, Portoletto, ich finde es eine gute Wahl. Ich finde es aber schade, dass man den Bottas so hängen lässt. Ja, also, ich glaube auch Bottas wäre schon cool gewesen, wenn er noch in der Formel 1 gewesen wäre. Allerdings muss man einfach auch sagen, ja, ich meine, sein Höhepunkt in seiner Formel 1 Karriere war einfach der Wingman von Hamilton. Das sind nur Erden, aber es ist ja so. Ja. Und was er einfach, was ihn halt einfach mega ausmacht, das habe ich auch nicht gewusst. Er hat Q3-Einzug bei Mercedes 100% gehabt. Er war in jedem Rennen wie im Q3. Ja. Das ist eigentlich schon noch krass. Also das hat bis jetzt noch nie jemand geschafft gehabt, dass er bei einem Team immer ins Q3 reinkommen ist. Also das spricht schon auch eigentlich für ihn, dass er schon einen krassen Speed auch hat. Aber ja, ich meine, Klaas Alba hat jetzt natürlich in seiner Karriere nicht wahnsinnig gut getan. Da müssen wir nicht darüber diskutieren. Ich glaube, er hätte schon auch immer noch den Speed. Es gibt jetzt viel Gerücht, dass er ja anscheinend einfach Reservefahrer wie bei Mercedes. Würde ich auch mega schön finden, weil er gehört einfach zu der Mercedes-Familie. Auch wenn jetzt der Hamilton nicht mehr dort ist. Aber ich denke, er würde dort noch gut trainieren passen. Allein schon mit dem Toto zusammen hatten sie auch sehr, sehr gut gehabt. Russell eher weniger. Und ja, ich finde es schon auch schade. Ich meine, klar, er ist in den letzten paar Jahren wie ein Kimi gewesen. Er ist einfach noch in Gefahr als Hobby nebenbei. Aber er hat ganz andere Projekte im Kopf immer gehabt. Er hat auch seinen Gin gemacht, er hat auch noch Wein gemacht, er hat seinen Kalender, wo er seinen Arsch fotografiert hat für einen guten Zweck. Er hat alles so Zeug nebenbei gemacht. Auch seine Helme, die seine Freundin immer macht, die sehr geil aussehen. Die meisten Helme werden immer für einen guten Zweck versteigert. Ich glaube, er hat es selber ein bisschen abgeschlossen. Es wirkt einfach so. Er hat viel nebenbei gemacht, die wirklich wenn du dich voll auf deine Formel 1 Karriere fokussieren würdest du das nicht machen. Das war auch so. In den letzten zwei Jahren hat er sich mehr für die Umwelt als etwas anderes eingesetzt. Das ganze Formel 1 Fokuss geschahen. Ich finde es schade, weil es ein starker Charakter ist im Formel 1 Gericht. Aber wenn er als Reservenfahrer immer noch am Gericht ist und ich immer noch seinen Mollet und seine Moustache sehe ich. Ich bin happy mit dem Fall. Ich kann voll mit dem Leben wieder im Live Feed auftaucht wie er im Monitor startet. Allein seine TikToks und Instagrams. Er hat Mercedes TikTok-Kanal geprägt. Auf Steak hat er so viel gemacht. Auch wenn er nicht mehr so aktiv im Feld wird sein, wird er sehr aktiv sein. Er ist gut an mich gegangen. Das ist auf jeden Fall nice. Ich sehe den Bot so wie Asterix Ardo von Mercedes. Es ist schade von der Persönlichkeit wenn er geht. Er ist ein super Mensch. Ich glaube das mit dem Räikkönen Vergleich trifft es gut. Für mich habe ich das Gefühl er hat abgeschlossen die letzten zwei Jahre. Er hat wahrscheinlich selber auch gewusst dass nicht mehr viel mehr kommt. Wenn du siehst wie Ruggies bevorzugt werden hat er noch mehr gewusst dass er eine andere Rolle suchen und ich würde es ihm gönnen wenn er zurück zu der Mercedes Familie gehen würde. Er gehört ihn einfach kennen. Für mich hat es sich nie richtig angefühlt bei Kicks aber bin ich ganz ehrlich mit dir. Das stimmt schon. Es hat sich nie richtig angefühlt gehabt. Wenn du ihn einfach so siehst dein Gesicht bei Mercedes du weißt genau das passt eigentlich wirklich. Und auch wenn es nicht funktioniert. Ich gehe nicht mehr alles was in seinem Leben kommt reden. Man muss wirklich sagen er hat eine gute Formel 1 Karriere gehabt. Es gibt Fahrer die werden ihm vergessen haben geraten weil sie nur kurz auftreten. Es gibt Fahrer die werden nur einen schlechten Ruf haben weil sie immer scheisse gebaut gut haben. Botas ist das Gegenteil von dem. Botas ist einer von den Fahrern der Geschichte wird eingehen und man wird immer wieder von Botas reden. Auch wenn er nicht sehr viele Achievements gehabt hat aber so stabil so sauber und so schnell wie er zum Teil fahren das wird man nicht vergessen. Ich gönne ihm alles was er Erfolg gehabt und er wird in dem Sinn nicht vergessen geraten. Ja das ist so und wer weiss vielleicht kriegt er mal einen Einsatz rüber weiss ja nie irgendwo in einem anderen Team der Zirkus der Formel 1 ist so crazy das Jahr haben wir wieder mal mehr gesehen wie viel hin und her gewechselt wurde das ist wirklich nicht mehr schön ich meine der Grid den wir am Anfang der Saison hatten der hat gehalten bis Sanford der hat angefangen wechseln der ist hin und her gegangen und alles drum und kommt er von was an heuritisch hat er schon vor der Season geändert mit Mammel Ja aber weisst meine Direktswaps Ah Direktswaps mit Lossen Sargent und ja einfach klar ich weiss schon der ganz Silly Season Zirkus der war natürlich in das Jahr wirklich insane und er noch nicht fertig weil man immer noch nicht wer fährt nach Chauffeur Racing Bulls heisst er nur noch Racing Bulls nicht mehr Visa Cash App gibt es nicht mehr ja dann könnt ihr eigentlich gerade so gut zurück zu Toro Rosso gehen sorry nein sie heisst nur noch Racing Bulls ja aber es macht mich hässig aber wahrscheinlich Visa und Cash App wären das immer noch Sponsor aber sie sind nicht mit dem Mittelnamen drin hä ja frag mich aber ja wahrscheinlich also das ist meine Theorie der von Cash App also Cash App ist ja eine separate Firma wo ja Visa gehört aber ist nicht der gleich Sponsor wie Visa und der der CEO von Cash App ist ein sehr guter Kollege von Daniel Ricciardo und scheint zu sagen er war ein Piss und hat Sponsorship entziehen und er ist wegen Visa und so hat dann noch mal etwas gemacht und jetzt haben sich darauf geeinigt dass sie einfach nicht mehr namentlich im Team erwähnt werden sondern einfach nur als Sponsor auf dem Auto drauf sind weil er nicht wollte dass Ricciardo raus gerührt wird ok ja gesehen ja weil Ricciardo hat seine Kleidermarke Enchanté hat einen Popup Store in Austin gehabt und wenn du etwas gekauft hast hast du ein Bag bekommen wo Enchanté drauf stand und Cash App wenn du ein Hauptsponsor einfach hineinkommst wegen einem Fahrer dann logischerweise gehst du weg wenn die Fahrer nicht mehr rum ist ich meine das Wunder ziehen sie quasi noch bis Ende Jahr durch aber das wird der Vertrag so sein das ist auch krass der Hotel ist ja das Paris sponsoren und die sind auch in Argentinien sehr stark verbreitet das ist ja ein Mobil Funk und es gibt jetzt auch Gespräche dass sie Colapinto sponsoren wenn Paris raus droppen aber Colapinto bleibt ok also das Ding ist Colapinto bleibt auch wenn er nicht Anfang 25 wird ich bin überzeugt dass Colapinto ein Weg in Formel 1 wird er fährt zu gut dass man nicht kann auf der Strecke aber was jetzt meine Frage ist er in der Formel 2 gefahren Anfang Saison wenn er keinen Sitz bekommt dann kann er in die 2 zurück dann muss er im nächsten Jahr ja wohl sicher du kannst du nur also meines Wissens kannst du nur nicht wieder zurück in Formel 2 wenn du Championship gewonnen hast ich habe gemeint wenn du in der Formel 1 bist kannst du nicht mehr zurück gehen wenn du dick gefahren bist kannst du nicht mehr zurück gehen es noch nie gab dass ein Fahrer in der Formel 1 war für kurze Zeit und nachher in die Formel 2 zurück ist also ich hoffe einfach dass er wenn er nicht zurück zu der 2 gehen dass er nicht zu Indycar geht weil ich habe das Gefühl Indycar ist immer so ok gut ich habe die Formel 1 Autos sind ganz anders Sponsoren sind ganz anders Autos und Medien sind ganz anders die drauf sind er muss schauen dass er Reserve für ein Team wird und potenziell am besten für ein Team wenn er noch Wack fahren oder irgendetwas oder sehr viel im Hintergrund machen ich denke auch ihr Wack Series wäre geil für ihn er muss in Europa und gut er wird eh also wenn er keinen Sitz bekommt er wird eh bei Williams mega gebunden sein weil James Walser selber was er hat und der gibt nicht einfach so ab und der wird Elite Development und Reserve Driver 100% und Sainz und vor allem Elben die werden recht drücken weißt Elben wirklich gut wirklich sehr gut Fahrer war immer noch gut aber man muss jetzt einfach auch sagen das ist das gleiche Phänomen wie beim Yuki sie hatten nie teammates die konkurrenzfähig waren mal schauen wie es mit Sainz ist sehr spannend weil wenn Elben scheisse performt gegenüber dem Sainz wobei die schon mal bei Redbull waren dann ich hoffe es natürlich nicht ich bin ein grosser Elben Fan ich finde ihn sympathisch ich glaube es auch nicht ich habe das Gefühl Elben ist auch underrated ich sage der Sainz ist ein bisschen besser als Elben aber ich glaube es hat schon Faust in den Ohren bin ich das glaube ich schon aber ich glaube dass Sainz hat anfangs brutal strugglen mit Williams habe ich Leclerc Leclerc ist ein guter Fahrer definitiv ausser und daran aber schau wie gut Sainz gefahren ist er macht einfach viel Crash das muss man auch sagen aber Leclerc hat bei weitem schlechtere Wochenende als Sainz Sainz ist Baba Gefahren in dem Tripleheader bis Brasilien aber sonst war der wirklich so stark und ich immer gesagt Sainz Sainz ist voll den dürfen wir nicht unterschätzen weil auch als er zu Ferrari kam im 21 hat Leclerc gerade mal in der Championship weg geputzt war vor ihm und im 22 hatte er ein Problem mit dem Auto und 23 war schon relativ strong und jetzt 24 auch sehr strong wieder Ja es ist halt bei Ferrari es ist einfach für mich ganz klar dass die Special Driver Lineup hatten die letzten paar Jahre also wenn du über das ganze Band hinweg Auto wo vielleicht drittschnaustern ist über die ganze Saison und sie sind trotzdem im Kampf für die Championship das ist den Fahrern zu verdanken ich finde ich persönlich kann nach allem was ich gesehen habe nicht einen bevorzug über den anderen das eine ist mir einfach persönlich sympathischer Punkt aber ich finde Leclerc und Sainz war so ein gutes Driver Pairing mega Ferrari schneidet sich selber ein bisschen Fleisch ist dass sie das auflösen weil das wird nicht mehr den Stand geholt Hamilton geht ist das gewesen die könnte nicht mehr wieder zahlen tun ich glaube beim entscheid von Ferrari für Hamilton ist wahrscheinlich einfach nur so ich weiss nicht wie es war aber ich kann mir vorstellen dass es einfach geheissen hey wir können einen Hamilton haben er uns wieder und wir können einen Hamilton haben einer der alles anderen wirklich der beste Fahrer am Feld und wer will zu uns und Hamilton hat gehört hey ich kann zu Ferrari und ich glaube die Kombination vielleicht hat Fred was gesagt vielleicht noch Adrian Newey ist das vielleicht ein bisschen bonk und so ich finde den Transfer geil ich bin gespannt wie Hamilton performen ich hoffe dass er gut performen ich hoffe nicht dass er einfach in Polk gefahren wird weil ich kann man schon anfassen dass er wieder Struggle hat weil jetzt hat er wo es ist kein Mercedes motor hinten nicht nur Mercedes motor zum ersten mal seit wenn 2009 10 Mercedes Mercedes ist 13 reinkommen glaube ich 13 ist das zu lange noch 12 12 oder 13 er ist von 2007 bis 12 ist gefahren 12 ist noch Schumacher und Rosberg und 13 ist er aber seither kennt er nur Mercedes Autos Mercedes Team Mercedes Motoren das wird sehr schwierig für ihn und ich hoffe bei Gott dass es nicht ein riesen Fall es wird so ein weirdes Bild sein den Hamilton in rot sehen wie Ferrari Merch das wird aber auch so ein Bild sein das für mich nicht passt es gibt Drivers die passen in die Teams wo sie sind und Sainz und Leclerc ist einfach Ferrari Sainz kannst überall reinstecken und er passt irgendwie in Janis Gefühl er hat bei McLaren gut reingepasst Renault hat er auch gut reingepasst und Toro Rosso hat er auch reingepasst Ich finde nicht die drei Teams passen am wenigsten gut zu ihm ich weiss noch wo er zu Ferrari gegangen ist das ist einfach die Farbe er sollte haben es sieht einfach richtig aus und bei Williams sehe ich es eigentlich auch wieder nicht also für mich ist nicht so ich finde Sainz ist ein Ferrari Fahrer auch wenn er nicht wie der grösste Ferrarista rüberkommt Sainz ist wahrscheinlich weil er einfach südländisch aussieht und Ferrari auch südländisch ist seine Flagge gelb rot Ferrari gelb rot schlimmste ist die spanische flagge vor mir weil ich den Spain Grand Prix um an hovern da funny ja ja aber nein wo sind wir gewesen jetzt sind wir ja eigentlich sind wir ursprünglich beim Portoletto wo reinkommt und ja wir sind recht abgeschwäffel das ist aber Portoletto ich finde es eigentlich ein guter Transfer auch wenn ich nicht viel über ihn weiss aber allein dass die Jungen beweisen wie gut dass sie sind zeigt mir dass das ein guter Entscheid war von Audi oder ich weiss nicht wie lange ob es ein Multi-Year ist oder ein Einjahres Vertrag das weiss ich leider nicht aber es ist sicher schon mal ein guter Entscheid dass man einen Jungen nimmt schade um Bottas das definitiv aber ich bin gespannt auf das nächste Jahr was alles wir haben nichts zu verlieren und ich glaube Fahrwahl macht das schon ein bisschen aus jetzt ist ein Jahr vor den grossen Regelwerkänderungen die Autos werden alle relativ gleich auf sein ich habe das Gefühl es wird eine sehr spannende Saison es baut wirklich alles auf das auf und durch so viele Rookies das ist natürlich ein guter Entscheid noch einen Rookie mehr zu nehmen wenn die einen oder anderen nicht performen steht dein Rookie automatisch gut da und hoffentlich Punkte rein von dem her wenn nicht jetzt wenn dann so ein bisschen Rookies rein also es ist eigentlich super entscheidend und ich bin wirklich sehr optimistisch ich finde es komisch dass man bevor die Season aufgehört hat schon so viel über die neue Season reden aber es geht schliesslich wirklich nicht mehr lang bis das nächste Jahr kommt und dann wenn die kurze Pause ist weil lange ist sie nicht mehr mittlerweile nein also es sind jetzt eben noch drei Rennen Vegas Katar Abu Dhabi Abu Dhabi ist das letzte Rennen am 8.12. also wirklich voll im Dezember noch drin da kommt hoffentlich wieder das Secret Santa und ich weiss gar nicht wenn es das erste Rennen ist in 25 und ist auch relativ viel früher wieder schauen kurz kurz nach 27 25 16 März geht es los wieder in Australien schön fängt es wieder dort unten an es ist krass Mitte März schon Mitte März fällt mir wieder an ja aber sie fängt immer Mitte März an ja aber das Testing wird dann noch viel früher sein ja das Testing ist immer etwas zwei Wochen vor dem Grand Prix das heisst Anfang März wäre das Testfahrt zu haben das wird wahrscheinlich im Bahrain sein ich nehme es schwer an das ja Bahrain oder vielleicht holen sie wieder die Lizenz für Spanien ja es wäre eigentlich besser Spanien wegen den weil die recht gut ist die ist alles drin Highspeed Lowspeed Bahrain ist aber und die sind 26 27 28 Februar sogar es geht sehr schnell ja zwei Monate nach Spanien ist fertig nach Spanien geht es wieder los und ich meinte im Fall dann dass 26 wenn die neue Fahrzeuggeneration ist haben sie zwei Wochen Testtage habe ich gemeint ok also komplett durch zwei Wochen ich habe es gemeint oder zwei Wochen und in diesen zwei Wochen je vier Fahrtage habe ich gemeint weil sie viele testen möchten für die neue Generation ich hoffe einfach dass sie besser klingen das ist alles was ich will ja sie werden besser klingen aber ich hoffe dass sie viel besser klingen wir werden es dann sehen wir werden es sehen so also wir sind wieder brutal abgeschäft über den ganzen Podcast so wie ihr es eigentlich von uns kennt das war es von der heutigen Episode vom Unsafe Release ich glaube wir haben das Wichtigste angesprochen falls wir irgendetwas vom Brasilien Grand Prix vergessen tut es sehr leid es ist so viel passiert und manchmal haben wir einfach nicht mehr alles im Kopf aber ich glaube wir haben das Wichtigste angesprochen und das was unsere Meinung war ist dann würde ich mal sagen gewesen wir wünschen wir wünschen wie immer einen schönen Tag schönen Abend schönen Morgen weil es noch immer den Podcast hört und wir hören uns wieder in der nächsten Episode vom Unsafe Release ein отв ein av